Ja, ja, du hast recht. Mir fehlt ein Vater. Und dann meinte er, ich will dein Vater sein. Ich werde für dich der Vater sein, den du nicht hattest. Das hat er gesagt. Man hinterfragt Bernhard Hiller nicht. Das hat er klar gemacht. Man hinterfragt ihn nicht. Sonst bist du negative. Sonst bist du weg. Man ist ganz nach Berlin gereist. Man hat Geld bezahlt. Man will nicht weg. Viele von den Leuten wissen, dass es scheiße ist, teilweise. Sie machen es trotzdem, weil sie diesen Traum verfolgen, weil sie sich selber erfüllen wollen. Sie suchen jemanden, der dieses Puzzle einführen kann, was ihnen selber fehlt. Aber das kann der nicht. Der kennt euch doch gar nicht. Dafür allein schon, dass ich meinem Herz gefolgt bin in der Klasse. Meinem Herz. Und ich sage, ich gehe jetzt. Wie kann er dann sagen, ich bin dumm? Ich folge doch seinen Regeln. Ich folge doch dem, was er sagt. Ich bin nicht zu deiner Masterclass gegangen, weil ich fühle, dass es nicht für mich ist. Du bist dumm. 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 Vielen Dank.